Immer mehr junge Aktionäre strömen auf den Markt. Trading-Apps wie Robinhood, Trade Republic oder Trading 2-1-2 machen es möglich. Einige Anleger lächeln über die neuen Trader. Ich sage, das ist falsch und arrogant. Robinhood-Trader konnten zuletzt Profi-Anleger wie Hedgefonds und sogar den Gesamtmarkt schlagen. Sei also bitte kein Schaf. Sei lieber ein cleverer Investor und stell dir diese zwei Fragen. Erstens, wie konnten sie den Markt schlagen? Und zweitens, welchen Einfluss haben die ganzen neuen Trader auf die Börse? Ich beantworte beide Fragen in diesem Video. Natürlich wissenschaftlich mit drei hochaktuellen Studien. Aber bitte denkt dran, dieses Video dient nur der Information und ist keine Anlageberatung. Alle Inhalte können komplett falsch sein. Warum sind die Robinhood-Trader überhaupt wichtig? Trade Republic und Co. sind doch sowieso noch was für Zocker. Die ganzen jungen Trader haben doch sowieso absolut gar keine Ahnung. Wenn du so denkst, liegst du komplett falsch. Was ist vor circa 20 Jahren passiert? Genau, wir hatten damals die Dotcom-Blase. Die Blase wurde durch Milchmädchen, Taxifahrer und Otto von nebenan befeuert. Die Kurse stiegen zu Jahrtausendwende in extreme Höhen. Im März 2000 platzte die Blase. Der Nasdaq verlor mal eben in kürzester Zeit über 75%. Damals investierte wirklich jeder Otto an der Börse. Heute, also 20 Jahre später, könnte sich die Geschichte wiederholen. Dank Robinhood und Co. fängt wirklich jeder Otto zu investieren an. Wir haben sehr viele Amateur-Aktionäre, die an die Börse strömen. Genauso wie damals bei der Dotcom-Blase. Und genauso wie damals sehen wir einen Hype bei Tech-Werten. Es gibt also Parallelen. Deshalb finde ich es sehr wichtig, die frisch gebackenen Robinhoodler zu analysieren. Ich würde mich übrigens sehr über ein frühes Daumen hoch freuen. Danke dir. Der aktuelle Aktien-Hype hat einen Grund. Corona. Wegen Corona sind die Kurse stark eingebrochen. Die Medien haben sich wie Raubtiere auf das Thema gestürzt. Es gibt aber noch einen zweiten Punkt. Was machen Menschen, wenn ihnen langweilig ist? Genau, sie schauen sich natürlich lustige Katzen-Videos an. Danach wird fleißig Fußball geschaut und emsig gewettet. Sport-Events sind während Corona leider ausgefallen. Aktien-Trading hat sich als Ersatz für Sportwetten etabliert. So sind zahlreiche neue Anleger an die Börse geströmt. Die meisten von ihnen sind in ihren 20ern oder 30er Jahren. Oder in einem einzigen Wort gesagt, es sind größtenteils Millennials. Im ersten Quartal 2020 kamen 3 Millionen neue Robinhood-Trader dazu. Insgesamt sind es nun über 13 Millionen Robinhoodler. Im März 2015 wurde die Robinhood-App öffentlich gemacht. Seitdem kann man in den USA kommissionsfrei handeln. In Deutschland hat diese Entwicklung deutlich länger gedauert. Erst letztes Jahr ging Trade Republic mit Aktien-Trades für nur einen einzigen Euro online. Und in der Beschreibung findest du einen Link dazu. Klick rein, um zu prüfen, ob du bereits beim besten Broker bist. Viele neue Anleger haben also keinerlei Erfahrung an der Börse. Sie sehen Aktien als Ersatz für Sportwetten. Manche sind aus purer Gier eingestiegen, weil die Kurse im März stark gefallen sind. Das sind keine guten Voraussetzungen. Wir haben eine Horde an jungen Zockern, die den schnellen Kick und den flotten Gewinn suchen. Das zeigt sich leider an dieser traurigen Geschichte. Der 20-jährige Robinhood-Trader Alexander Kearns beging Selbstmord. Der Grund, in seinem Trading-Account wurden minus 730.000 US-Dollar angezeigt. Er hatte jedoch nicht wirklich 730.000 Dollar Schulden. Kearns handelte mit Optionen. Da kann es mal einen Tag dauern, bis die Aktien, auf denen die Optionen basieren, abgerechnet sind. Die minus 730.000 Dollar waren also nur ein vorübergehendes Phänomen. Kearns drehte durch, weil ihm praktisch die Börsenerfahrung fehlte. Ruhe in Frieden Alexander Kearns und viel Kraft an die Familie. Meine bisherigen Worte sind also eher negativ. Wir haben eine Horde an jungen Aktienzockern. Doch diese Zocker sind tatsächlich sehr erfolgreich. Goldman Sachs brachte im Juni 2020 eine spannende Studie heraus. Die Amateur-Trader von Robinhood konnten Hedgefonds um starke 16% schlagen. Damit haben sie die Profis deutlich hinter sich gelassen. Bei der Studie hat man als Startdatum das Corona-tiefe März genommen. Dann hat man geschaut, wie gut die beiden Kontrahenten in den Folgemonaten abgeschnitten haben. Die jungen Millennial-Trader von Robinhood konnten 61% erzielen. Profi-Hedgefonds kamen nur auf 45% Rendite. Aber das alles kann einfach nur Glück sein. Der Anlagezeitraum von ca. 2 Monaten ist verdammt kurz. Da kann man ein paar Affen-Dart-Pfeile geben und sie auf Aktien werfen lassen. Als ob sie jemals die Profis schlagen würden. Nun ja, das tun sie wirklich. Oder man könnte die Experten gegen eine Katze antreten lassen. Ein Tier, das 20 Stunden am Tag damit verbringt zu schlafen oder sich am Bauch zu kratzen, sollte zu schlagen sein. Nö, 2012 hat das Kätzchen Orlando besser als viele Börsenexperten abgeschnitten. Anstatt zum Bankberater zu gehen, solltest du in Zukunft also lieber den Affen oder die Katze deines Vertrauens aufsuchen. Doch Spaß beiseite. Vor paar Wochen kam eine deutlich aussagekräftigere Studie heraus. Der US-Finanzprofessor Ivo Welch wertete in seiner Studie die Weisheit der Robin Hoodler aus. Er analysierte die Depots aller Robin Hood Trader von Mitte 2018 bis August 2020. Dabei prüfte er, wie oft sich eine Aktie zu verschiedenen Zeitpunkten in den Depots der Robin Hoodler befand. Welch kam zu zwei Rückschlüssen. 1. Robin Hoodler setzen sehr gern auf Aktien, die zuvor stark gestiegen sind. In den letzten Monaten waren das vor allem Tech-Werte. In der Fachsprache heißt das Momentumstrategie. Die Aktie hat ein starkes, positives Momentum, wenn sie steigt. Das ist so, wie wenn sich ein Fußballteam in den Rausch spielt. Es steht 3-0, dann 4-0. Doch das Team macht immer mehr Tore, weil es sich im Torausch befindet. Der Trader spekuliert darauf, dass sich dieser Tore-Rausch, also das Momentum, bei den Aktien fortsetzt. 2. Rückschluss Die Millennial Trader setzen auch auf stark gefallene Aktien. Das Kreuzfahrtunternehmen Carnival war im März und April extrem beliebt. Knappes Fazit Robin Hoodler setzen also auf zwei Muster. 1. Noch mehr Kurswachstum bei bereits gestiegenen Aktien 2. Trendumkehr von verprügelten Aktien Beide Muster haben eine Gemeinsamkeit. Die jungen Trader setzen auf stark volatile Aktien. Von Aktien, die sich kaum bewegen, halten sie sich fern. Diese Strategie war ein voller Erfolg. Im Studienzeitraum von 2018 bis 2020 konnten Robin Hoodler den Gesamtmarkt und Profi-Investoren deutlich schlagen. Wer über Robin Hood Trader lächelt, lacht sich selbst aus. Die Amateur-Trader haben die letzten beiden Jahre verdammt viel richtig gemacht. Trotzdem muss sich hier reingrätschen und die Euphorie etwas bremsen. Zwei Jahre sind in der Wissenschaft kein aussagekräftiger Betrachtungszeitraum. Ein einziges schlechtes Jährchen würde die Statistik deutlich runterziehen. Außerdem hat die Strategie einen großen Haken. Das positive Momentum kann sich jederzeit wieder rumdrehen. Aktuell haben wir einen Hype bei Tech-Werten. Viele Tech-Aktien stehen höher als davor. Auch zur Dotcom-Blase sind die Aktien vor den Platzen der Blase sehr stark gestiegen. Wer die Jahre davor auf stark gestiegene Aktien setzte, konnte er enormer Gewinn erzielen. Das Momentum war bis zum Platzen der Dotcom-Blase gewaltig. Doch dann sind die Kurse umso stärker gefallen. Wer in den stark gestiegenen Halbwerten investiert war, verlor ein Großteil seines Vermögens. Dreht sich das positive Momentum bei Tech-Werten um, drohen den Robin-Hood-Tradern heftige Verluste. Die alles entscheidende Frage lautet also, droht uns eine Dotcom-Blase 2.0 oder sind die aktuellen Bewertungen der Tech-Aktien gerechtfertigt? Ich sehe die Sache so halb-halb. Tech-Aktien wie Amazon oder Netflix sind erwachsen geworden. Das Internet ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Es wird ganz im Gegenteil sogar noch viel wichtiger werden. 5G ermöglicht neue Prozesse, die auf eine schnelle und stabile Datenverbindung angewiesen sind. Das kann zum Beispiel das autonome Fahren sein. Im Gegensatz zur Dotcom-Blase sind Internetkonzerne profitabel und normaler Alltag. Doch es gibt auch überbewertete Zockerbuden. Da droht ein enormes Kursrisiko. Schauen wir uns an, wie die Robin-Hood-Trader investiert sind. Die Plattform stellt uns glücklicherweise eine Liste der 100 beliebtesten Aktien zur Verfügung. Ganz oben findest du Virgin Galactic. Das Unternehmen möchte private Weltraumflüge anbieten. Bisher gab es nur zwei Testflüge. Die Aktie ist also extrem spekulativ. Du siehst weitere spekulative Aktien, wie den Grashersteller Afria oder Catalyst Pharmaceuticals. Catalyst ist eine klassische Umkehrwette, wie ich dir vorher erklärt habe. In den Top 100 haben wir aber auch Aktien wie Amazon, Alibaba, Sony, Alphabet oder Microsoft. Das sind seriöse, namhafte und große Blutschips. Robin-Hood-Trader spekulieren also nicht nur auf irgendwelche kleine Zockerbuden. Sie setzen sehr stark auf große Tech-Aktien. Die Betonung liegt hier ganz klar auf dem Wörtchen Tech. Hier lauert das größte Risiko dieser Trader. Man ist extrem stark in Tech investiert. Die Rechnung ist einfach. Solange der tech-lastige Nasdaq super performt, werden die Robin-Hood-Trader alles outperformen. Aber wehe, es kommt zu einem stärkeren Tech-Crash. Ich glaube nicht an eine Dotcom-Bubble 2.0. Tech-Konzerne sind erwachsen geworden. Allerdings muss man sich seine Tech-Aktien sorgfältig aussuchen. Das Unternehmen sollte die Erwartungen erfüllen. Kann es das nicht, drohen heftige Kursverluste. Da gab es zuletzt viele Beispiele wie Alteryx. Die Zahlen waren gut, aber weniger gut als erwartet. Fast ließ eine weitere Wachstumsaktie. Es ging runter, weil der größte Kunde TikTok weniger Umsatz geliefert hat. Ich denke, wir werden solche Kursstürze in den nächsten Monaten häufig bewundern dürfen. Das Unternehmen wächst stark. Aber eben nicht so stark, wie es sich die Analysten erhofft hatten. Und schwupps, schon geht es 10, 20 oder sogar 30 Prozent runter. Bei den großen Kursbewegungen kommt ein Verdacht auf. Sind die Robinhood-Trader daran schuld? Die Website RobinTrack zeigt, wie sich der Aktienkurs zur Anzahl der Aktienbesitzer verhält. Als Beispiel habe ich Ford ausgewählt. Das Unternehmen befindet sich in den Top 100 der beliebtesten Robinhood-Aktien. In den rot markierten Boxen ist der Aktienkurs gefallen, während die Anzahl der Ford-Aktionäre gestiegen ist. Die Robinhood-Trader hatten also keinen Einfluss auf den Aktienkurs. Was sagt die Wissenschaft dazu? Hierzu liefert uns Nick Madjuli von Rietzholz Wealth Management eine Antwort. Vor ca. zwei Monaten veröffentlichte er eine Studie, wo er den Einfluss der Robinhoodler untersuchte. Sein Fazit? Insgesamt ist der Einfluss sehr gering. Bei Alphabet oder Starbucks haben wir sogar eine negative Korrelation. Das heißt, der Aktienkurs entwickelt sich gegen das Anlageverhalten der Robinhoodler. Die Korrelation ist besonders hoch bei kleineren Tech-Buden oder Zockeraktien wie Kodak, Nikola oder dem Autovermieter Herz. Laut dieser Studie haben Robinhoodler auf große Blutschips keinen Einfluss. Sie können höchstens kleinere Zockeraktien wie Kodak beeinflussen. Es kommt noch ein weiteres Problem dazu. Diese Grafik kommt von RobinTrack. Das Tool ist kostenlos. Du kannst dort das Anlageverhalten zu allen handelbaren Aktien abfragen. Robinhood hat seine Datenbank jedoch seit August gesperrt. Laut Bloomberg könnte diese bald wieder freigegeben werden. Dann gibt es wieder frische Daten. Bis dahin kannst du das Nutzerverhalten der Robinhoodler nicht analysieren. Das finde ich schade, denn RobinTrack bietet spannende Erkenntnisse. Hier siehst du, wie FOMO bei Fitbit aufkam. FOMO steht für Fear of Missing Out. Das ist die Angst, einen starken Kursanstieg zu verpassen. Wie du gelernt hast, springen Robinhoodler sehr gerne auf stark steigende Tech-Aktien auf. Danach kam es zu einem Abverkauf der Aktien. Das zeigt dir die Grafik. Du kannst das Tool als Warnindikator oder auch für Kursäuferie benutzen. Wenn du FOMO siehst, ergibt sich kurzfristiges Kurspotenzial. Doch der Aktienkurs kann nach dem FOMO heftig einstürzen. Ich würde mit Schartechnik arbeiten, um sinnvolle Marken für kurzfristige Trading zu definieren. Du kannst zum Beispiel auf einen negativen Trendbruch warten. Unten siehst du zwei Indikatoren. Zuerst du hast die Momentum und darunter RSI. Die möglichen Ausstiegssignale habe ich dir rot markiert. Das sind Extrem- oder Wechselpunkte. Schau bei Indikatoren immer nach markanten Wechseln. Ich habe die Indikatoren zufällig gewählt. Indikatoren sind Signalgeber, aber mehr nicht. Wir haben bisher nur über den direkten Einfluss gesprochen. Bei all den ganzen Diskussionen wird der indirekte Einfluss vergessen. Robinhood-Trader bestimmen die Schlagzeilen der Medien. Als YouTuber kann ich dir davon ein Liedchen singen. Ich checke regelmäßig auf Wall Street Online die meist diskutierten Aktien. Als YouTuber bin ich an vielen Klicks interessiert. Aktien, die stark diskutiert werden, liefern logischerweise viele Klicks. Wenn Leute über Aktien diskutieren, interessieren sie sich für Infomaterial. Und das kann ich ihnen bieten. Warum glaubst du, analysieren YouTuber immer wieder die gleichen Aktien? Na, weil das natürlich Klicks bringt. Genau so denken auch die Medien. Sie schauen sich an, was gerade auf Robinhood diskutiert wird und schreiben dazu ihre Nachrichten. So werden andere Anleger auf die Aktien aufmerksam. Es kommt viel mehr Volumen in das Unternehmen rein. Deshalb finde ich die Top 100 Robinhood-Aktien extrem spannend. Du kannst dich von der Liste inspirieren lassen. Unter den Top 100 finden sich viele volatile Wachstums- und Sock-Aktien. Wenn du größere Kursschwankungen traden möchtest, ist diese Liste sehr spannend. Schau dir vor allem Aktien mit einem niedrigen Börsenwert an. Dort ist der Einfluss der Robinhoodler umso größer. Jim Cramer hat dazu übrigens eine spannende Theorie. Er glaubt, dass Wallseed-Experten beliebte Robinhood-Aktien an der Vorbörse kaufen. Sobald die Börse für den Haupthandel aufmacht, werden die Aktien an die jungen Trader verschärbelt. Die Strategie kann zum Beispiel bei Aktien klappen, wo sehr bald Quartalszahlen anstehen. Die Robinhood-Socker kaufen die Aktie über den Tag hoch. Sie möchten auf die Aktien spekulieren. Die cleveren Börsenprofis nutzen das, um ihre vorbörslich gekauften Aktien abzuladen. Das war jetzt nur ein sehr grober Gedanke. Du solltest auf keinen Fall versuchen, diese Strategie blind nachzumachen. Das wird böse enden. Da gehören zahlreiche winzige Details, wie die bisherige Kursentwicklung und vieles mehr rein. Außerdem kommt noch der indirekte Einfluss dazu. In den letzten Monaten sind YouTube-Kanäle mit Zocker-Aktien regelrecht explodiert. Diese Kanäle machen fast nur Videos über beliebte Robinhood-Aktien. So sichern sie sich ihre Klicks. Und das sind vor allem stark wachsende Tech-Unternehmen in einem möglichst frühen Stadium. So viel steht fest. Defensive Dividendenanleger werden mit der Robinhood-Mentalität nicht glücklich. Unter den Hoodlern herrscht eine große, fast schon naive Technikbegeisterung. Das schnelle Geld steht ganz klar im Fokus. Doch ihr Einfluss auf den Gesamtmarkt ist sehr gering. Kommt es wirklich zum Tech-Crash, werden sie sehr viel Geld verlieren. Die jungen Traders sind aktuell sehr offensiv aufgestellt. Doch ihr Einfluss auf Big Player wie Amazon wird minimal sein. Selbst wenn alle ihre Aktien zur gleichen Sekunde verkaufen, würde das höchstens ein bisschen auffallen. Ich rechne sowieso nicht mit größeren Verkäufen. Kommt es zum Crash, werden YouTube-Kanäle herumposaunen, wie günstig Amazon und Co. endlich wieder sind. YouTube-Kanäle sind das Infomedium der jungen Investoren. Deshalb rechne ich eher mit Käufen bei soliden Blutschips. Panik sollte bei Zockeraktien wie Kodak oder irgendwelchen Wachstumsbuden ausbrechen. Ich beende das Video mit einem frei übersetzten Zitat von Nick Madjuli. Es ist das perfekte Fazit. Die Popularität einer Aktie auf Robinhood sagt wenig über ihren Kurs aus, doch sehr viel, was die nächste Schlagzeile sein wird. Dir hat das Video gefallen? Dann unterstütze meinen Kanal und gib mir jetzt ein Like, wenn du das nicht sowieso schon erledigt hast. Wir sehen uns nächsten Dienstag. Dann gibt es ein gigantisches Update zu meinem Megatrend-Depot. Dann눈ie.